Guten meine Freunde, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Wiedereinschalten zum nächsten Part und ja, wir sind mitten in der Saisonvorbereitung, ich habe jetzt aber ein bisschen was übersprungen, damit wir einfach schneller vorankommen und ja, ich hatte einige Spieler am Radar, habe auch ein paar Angebote gemacht, was vor allem zwei richtig gute Spieler betroffen hat und die sind alle zur Konkurrenz gegangen, weil wir da einfach finanziell mit den Profiklubs in Nordirland natürlich nicht mithalten können. Das ärgert mich irrsinnig, aber wir sind drauf und dran und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in die Saisonvorbereitung, ich werde jetzt eben nicht alles zeigen, damit wir auch vorankommen, aber wir werden jetzt mal den Part machen, wo wir wieder ein bisschen über die Kaderplanung reden und wo wir dann wahrscheinlich auch noch ein Freundschaftsspiel machen werden, damit man zumindest mal eines sieht und jetzt steigen wir einfach mal hier ein, ich habe gerade den Spieler hier entdeckt oder ihn vorgeschlagen bekommen, wir haben nämlich einen neuen Scout, sage ich kurz her, Liam Bradley, den haben wir bekommen, der ist eigentlich, hat ziemlich gute Werte, muss ich sagen, ich habe den halt als Chef-Scout genommen, warum, ist auch ganz einfach zu erklären, unser Scout ist uns abgeworben worden. So, jetzt sehe ich nur gerade den hier, Terry Atkinson und ich finde ihn richtig interessant, Lisburn Distillery, die sind in der Championship, das heißt vielleicht wäre das durchaus interessant, den zu bekommen, FC Lahlen ist da auch schon interessiert, ich frage jetzt einfach mal an, die Frage ist, wie viel wollen die? 825, seinen Marktwert, okay, weil der wäre doch echt was als Ersatz, oder? Ich meine, ganz ehrlich, der ist mit 16 Jahren schon auf einem unglaublichen Weg und wäre perfekt der Backup und ja, vielleicht Ersatz von ihm hier, den habe ich jetzt nämlich fix verpflichtet, das ist glaube ich die einzige Verpflichtung, die ich jetzt bisher ohne euch gemacht habe, Jamie Glackin, der passt einfach super auf der 10 als Schattenstürmer oder offensiver Mittelfeldspieler und er passt aber auch hervorragend vorne drin als Sturmspitze, deswegen habe ich den jetzt mal als neue Nummer 10 genommen und Ferran habe ich mal die Probezeit verlängert, weil ich den wirklich nicht uninteressant finde und ich finde auch, er hat sich beim FC Glantoran nicht so schlecht gemacht, also 8 Tore, 19 Partien ist kein schlechter Wert, könnte man sich überlegen, den schauen wir uns noch länger an, aber da wäre der eine ganz gute Ergänzung, ansonsten seht ihr das vielleicht hier, unzufrieden Best, der möchte zu einem größeren Verein wechseln und ich kann es ihm nicht verübeln, aber ja, ich habe ihm eben gesagt, also ich habe mit ihm dann darüber geredet, habe versucht ihn zu halten, was absolut nicht geklappt hat und dann habe ich auch klipp und klar zu ihm gesagt, ab einer gewissen Summe von, ich glaube 150.000 habe ich gesagt, kann er gehen, weil der hat einen Marktwert von 25.000, der ist erst 17 Jahre und wir haben noch Vertrag, also ganz ehrlich, da muss schon ein Angebot her, das finanziell auch passt, deswegen, ja, er wollte 30.000 und der ist 25 wert, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Gut, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Linksverteidiger, da war ich an einem dran, was leider nicht geklappt hat, jetzt muss ich nur kurz schauen, ob da noch andere Angebote draußen sind, genau. Für den habe ich ein Angebot gemacht, der sieht nämlich vielversprechend aus, ich habe den verglichen mit Glendining rechts hinten und muss sagen, dass der schon in vielen, vielen Bereichen besser ist, ich meine, er ist nur 1,60 groß, Unhöhe 3 ist natürlich ziemlich mies, wenn der mal in den Kopf volltreibend kommt, wenn der Ball von der anderen Seite kommt oder so, aber grundsätzlich für die Außenverteidigerposition wäre der schon ein ganz guter. Callum Ferris, da ist wieder ein Angebot draußen, David Cleary, unser drittes Torhütertalent, den verleihen wir, da ist jetzt gerade ein Klub aus der Championship dran, also der 2. Liga und da wäre er Stammtorhüter, also das wäre super. Ja, den wollte ich zum Probetraining einladen, das hat nicht geklappt, ansonsten ist da jetzt im Moment nichts. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir ja, wieder ein paar Spieler einladen, würde ich sagen, vor allem natürlich für diese Positionen, für die wir jemanden brauchen. Das heißt, sollten wir vielleicht mitschreiben, was wir brauchen. Und ich habe nichts zum Schreiben da. Super vorbereitet, Philipp, super. Ja, also was brauchen wir? Überlegen wir einfach. Irgendwann haben wir auch das Kaderplanungstool natürlich. Teambericht, Kader-Tiefe. Also, hinten können wir eh anfangen. Genau, den habe ich auch noch eingeladen, Jean-O'Neill. Ich habe mal gedacht, vielleicht können wir den ohne Vertrag bekommen. Als ohne Vertrag durch, da wäre er gar nicht so schlecht. Cleary wird verliehen, das heißt, wir haben dann den Player als Ersatz. Das wäre natürlich etwas mau. Ist auch ein gutes Talent. Theoretisch ist die Frage, wie viel der kostet. Könnte man den vielleicht verpflichten, wenn wir das Geld haben als Ersatzkeeper und dafür den Player auch noch verleihen. Dann haben wir zwei. Sehr, sehr guter Torwart-Talente verliehen. Kuni ist verliehen. Glendinning ist für mich kein Spieler im Zentrum. Das heißt, was man hier sieht, Wigley ist eigentlich auch kein Zentrumspieler, den wir wieder zum Probetraining haben. Deswegen würde ich sagen, Innenverteidiger Ersatz brauchen wir auf jeden Fall einen. Also, das ist ganz wichtig. Robinson rechts hinten ist für mich kein Thema. McAllister links hinten. Naja, Flankenwert 1. Macht mehr Eigentore auch noch, wenn er Flanken versucht. Das heißt, was man sieht, rechts hinten hätten wir mit Glendinning bisher unseren Stammrechtsverteidiger. Finde ich okay, aber nicht überragend. Da könnte man eben schauen und den einen bekommen, wo ich ein Angebot abgegeben habe. Oder wir können jetzt schon langsam auch auf ihn setzen. Ich finde, der hat schon ganz gute Ansätze. Technisch muss auf jeden Fall noch viel mehr her. Wir sehen auch derzeitige Fähigkeit. Der wird gar nicht so schlecht eingeschätzt. Ist, glaube ich, okay. Und dann hätten wir noch immer als dritten Rechtsverteidiger den Stefan Igel. Da ist die Frage, ob wir den nicht auch noch verleihen. Ich würde fast sagen, damit der auch Spielpraxis kriegt. Weil wir brauchen nicht so viele Rechtsverteidiger. Dann wären auch 1.500 wieder frei. Was das Kerlsbudget angeht. Und links hinten, ja, haben wir eben auch den Coil. Aber links hinten bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Ich meine, was man bei Coil halt auch sagen muss, der ist auch noch Rechtsfuß. Das heißt, ja, notgedrungen Lösung wäre er links hinten. Aber zufrieden bin ich nicht. Holmes, 18 Jahre jung. Körperlich irrsinnig stark. Technisch okay. Dem würde ich ehrlich gesagt auch ganz gerne verpflichten. Schauen wir mal, was er verlangen würde. Talent vor Durchbruch. Ohne Vertrag nicht. Also wenn, dann würde ich schon Jugendvertrag. Könnte man ihm eigentlich geben. Kann man es ausschließen. 600 und Jugendvertrag. Das wäre okay für ihn. Dann könnte man ihn so relativ günstig haben. Weil ich glaube, sobald man auf einen anderen Teilzeitvertrag geht, dann kostet uns der mindestens 1.500. Und Guigley ist die Frage. Das Problem ist bei ihm, dass der körperlich nicht gut ist. Dafür ist er technisch gut. Und sehr vielseitig. Kannst notgedrungen ins Zentrum tun. Auch ins Mittelfeldzentrum. Kannst vorne links spielen lassen. Ich werde da noch ein bisschen abwarten. So, zentrales Mittelfeld. Das ist auch so eine Geschichte. Da haben wir eigentlich ein Überangebot. Da können wir mal alle rausstreichen. Die für mich nicht Rechtsmittelfeld sind. Luke Wilson ist verliehen. Gallagher passt. Da muss ich reinklicken. Geht sich das nicht anders aus. Also Robinson brauchen wir nicht. McGlowski auf jeden Fall auch nicht. Und jetzt wird es interessant. Weil jetzt haben wir Zipton und Taggart, die eigentlich auf der 10 sind. Ob man da einen für die Position einbauen können, ist die andere Frage. Und dann hätten wir auch den Aaron Brown. Der wäre eigentlich auch für mich eher auf der 10. Aber auch da würde ich sagen, dem würde ich fast verleihen. Also wir sollten eher schauen, dass wir diese Talente gerade auf Positionen, wo wir eh ein Überangebot haben, verleihen können. Und dann ist die Frage, Gleckhin würde ich als Stammspieler auf der 10 einbauen. Das heißt, wir brauchen da auf jeden Fall einen Ersatz. Das ist die Frage. Taggart finde ich sehr interessant. Raten beim Buch wird aber noch bis zu drei Monate ausfallen. Zipton könnte theoretisch diese Lücke bis der Fäger zurückkommt schließen. Ich finde, er ist okay. Aber auf der 10 macht er sich nicht wirklich gut. Schwierig. Das ist schwierig. Also er müsste sich auf der 10 ziemlich einspielen. Und von den Fähigkeiten her würde ich auch den versuchen zu verleihen. Auf der Leihliste hatten wir ihn eh schon. Rechtsaußen ist vielleicht ein bisschen klarer Gleckhin. Könnte übrigens auch Rechtsaußen spielen, aber ist miserabel, was Flanken angeht. Streichen wir mal raus. Kammerklammer verliehen. Wo ich jetzt ehrlich gesagt echt schon unsicher bin, warum ich das eigentlich getan habe. Ich meine, er hat mich jetzt technisch nicht so wirklich überzeugt. Aber irgendwie als Ersatz bereue ich es jetzt schon ein bisschen. Aber das muss ich halt jetzt ausbaden. Das heißt, der Rechtsaußen, Tipton und Taggart können Rechtsaußen auch spielen. Vor allem auch er hier, weil er sehr, sehr gut flanken kann. Taggart nicht wirklich, aber ging in Not getrunken auch. Aber ich streiche ihn mal da. Dann hätte ich den gerade zum Probetraining. Und er hat jetzt die zwei Partien in der Saisonvorbereitung sehr, sehr gut gespielt. Ist, finde ich, ein solider Spieler. Kommt auf den Preis an, glaube ich. Ob der interessant ist oder nicht. Klendening ist rechts für mich nicht interessant. Ja, und wir haben keinen eigentlich auf linksaußen. Ich meine, natürlich Scanner. Aber der ist Rechtsfuß. Und den hätte ich eigentlich, wenn er gut flanken kann, lieber auf der rechten Seite. Das heißt, links müssen wir auf jeden Fall schauen. Vorne Farron eventuell. Faris wird noch gehen. Dann haben wir den jungen McMullen. Und den Leo Brown, der ohne Vertrag bei uns ist. Da sind immer wieder Vereine interessiert. Die Konkurrenz ist halt relativ groß. Also ich finde, McMullen ist halt so ein eigenes Talent, das ich ranbringen möchte. Dann finde ich einen Gleckhin sensationell. Und ich überlege, ob ich David Farron als Einser-Stürmer hole. Weil dann kannst du den Gleckhin immer noch bringen. Also Gleckhin kannst du vorne spielen lassen. Den kannst du aber auch dann auf die Zehn zurückziehen. Die Frage, ob wir den im Stamm auf der Zehn planen oder am Stürmer. Er ist vom Abschluss her deutlich besser. So Stürmer wäre ganz gut bei ihm. Hmm. Auf Farron, da stört mich halt schon der Abschlusswert. Ich meine, von der Torquote her ist es durchaus okay. Aber naja. Schauen wir mal, was sind die wichtigen Baustellen. Also links hinten müssen wir uns überlegen, ob wir einen von denen nehmen. Und die wichtigste Baustelle ist auf jeden Fall links offensives Mittelfeld. Gut. Dann schauen wir mal, was es da so gäbe. Eilbergs, wie lange fällt der aus? Bis zu sechs Wochen. Uninteressant. So, das Gernl haben wir eh gerade bei uns zum Probetraining. Dann haben wir hier lauter rechte Mittelfeldspiel da. Fangen wir es ein bisschen anders. Gehen wir die Positionen durch. Geld haben wir auch noch einiges. 79.000. Gehen wir auf offensives Mittelfeld links. Idealposition oder ist gut als zumindest. So, wer ist das? Das Ayari flanken kann er. Sehr, sehr schnell ist er. 18 Jahre jung von Sheffield United. Ballernahme ist sensationell. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich dem nicht sofort ein Vertragsangebot mache. Den müsste man sogar Stammspieler annehmen. Aber die Werte, die ich da gesehen habe, da gehe ich ehrlich gesagt jetzt das Risiko ein. Ausstiegklausel bei Abstieg ist mir wurscht. Die ehrliche Gehaltssteigerung nehmen wir raus. Aber das Geld kriegt er auch. Ich möchte nicht zu viel runtergehen. Denn die Konkurrenz ist dann schnell mal da bei solchen Spielern. Gareth Brown. Schaut jetzt nicht so interessant aus. Den Lee Duffy. Ist da so ein Stürmer? Naja, auch nicht so aufregend. Dann warten wir mal, ob es mit dem was wird. Weil für die Ersatzposition finde ich, glaube ich, schneller jemanden. Schauen wir jetzt noch, was Stürmer angeht. Also wir hätten ganz gerne einen Stürmer, der zumindest einen Abschlusswert von, sagen wir 13 hat. Das wäre dann auf dem Niveau von Blacken. Abschlusswert 1 bis 5. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Da brauche ich gleich gar nichts angeben. Abschluss ist mindestens 13. Okay. Ja, es geht gerade nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Vielleicht könnt ihr mir helfen und ich bin gerade einfach nur zu blöd. Ist auch wahrscheinlich. So. Wir sehen, dass der generell eine nicht sonderlich gute Torquote hat. Hat auch nur einen Abschlusswert von 8. Paris bis zu 4 Monate Kreuzbandriss. Der Rooney haben wir uns schon gesehen. Haben wir uns schon angesehen. Der ist nicht schnell und nicht groß. Also das ist so beides nicht gut. Das funktioniert dann eher nicht. Der ist körperlich sehr gut. Hat einen Abschlusswert von 4. Der ist 16 Jahre jung von Linfield. Super Zielstrebigkeit. Den könnte man mal anschauen. McGivern. MacGyver. Thomas Stewart. Gute Zielstrebigkeit. Ansonsten ehrlich gesagt eher nicht so interessant. Lee Duffy. Den haben wir uns schon angesehen. Adam Lecky. Den haben wir uns auch schon angesehen. Glaube ich. Er ist unfassbar groß. Super aggressiv. Abschlusswert und Kopfballtechnik sind okay. Also der ist halt körperlich eine Wucht. Und gerade auf diesem schlechten Niveau auf dem wir uns da bewegen sind die körperlichen Werte schon extrem wichtig. Deswegen können wir da jetzt mal schauen. So und was ich jetzt auch noch schauen möchte ist Linksverzeitiger. Denn da bin ich auch nicht so ganz zufrieden. Also Quigley haben wir eingeladen. Oruk. Tackling ist gut. Schnell ist er. Deckung ist okay. Flanken ist Katastrophe. Ist halt schwierig wenn jemand offensiv dann gar nicht zu gebrauchen ist. Ross Black. Eine super Grundfitness. Deswegen baut er körperlich nicht wirklich ab. 33 Jahre alt. Wenn so einer würde halt für Erfahrung sorgen. Ich lade ihn einfach mal ein. Anschauen können wir ihn uns ja. Dann Adam Gawaini. Haben wir den schon gesehen? Nein. Körperlich sehr gut. Der Rest Katastrophe. Kano Maxwell. Auch nicht wirklich interessant. Nathan Holmes ist gerade bei uns. Und der ist auch nicht wirklich interessant. Gut. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Ich möchte halt in erster Linie jetzt trotzdem versuchen mit den Ablösefreien Transfers zu arbeiten. Und dann können wir auch noch auf die Transferliste und auf andere Transfers noch schauen. Keine Angebote für Tipton. Also. Atkinson ist interessiert an uns. Einsatzzeiten erwartet. Das versprechen Schlüsselspieler. Ich meine der ist richtig gut. Sagen unsere Scouts. Unsere Scouts sagen das passt jetzt schon. Ein 16-Jähriger. Schlüsselspieler. Gehalt ist nicht so tragisch. Er würde dann Boni kriegen. 10% Gehaltserhöhung. Nehmen wir raus. 15.000. Ja. Kriegt er von mir aus. Also wenn die Scouts sagen dass der wirklich so gut ist. Ich finde seine Fähigkeiten irrsinnig ansprechend. Vor allem auch das mentale. Nervenstärke. Ist halt auch ein unglaublicher Wert wenn der alleine vom Tor steht. Er könnte richtig gut sein. So. Die wollen Igel ausleihen. Stammspieler in für die Championship. Passt. Also da ist echt Potenzial drin in dem Verein. Muss ich wirklich sagen. Macht schon noch Spaß. Die sind alle aus der Championship und der wäre dort überall Stammspieler. Also das finde ich für Aaron Brown auch ein ganz guter Schritt. So. Das lasse ich einfach so wie es derzeit ist. Keine Angebote für Tipton. Ja. Ich lasse den einfach auf der Leihliste wenn wir ihn derweil in der ersten Mannschaft lassen. Ist es eh okay. Ross Black. Probetraining. McGivern. Und Adam Leckie. Der 16-Jährige wäre mir jetzt ehrlich gesagt schon am liebsten. Weil dann wären wir auf der Stürmerposition schon sehr sehr gut besetzt. Wie viele Testspiele haben wir eigentlich noch? Ah ja. Zu den beiden Tests. In dem war ich defensiv extrem enttäuscht. Also generell muss man sagen dass der Gegner viel zu viele Chancen hatte. Und ja. Es waren zwei relativ schön gespielte Situationen wo die zwei Tore gefallen sind. Das war ein relativ souveräner Test. Da haben wir früh einen Elfmeter verschuldet. und dann ich glaube hatte der Gegner insgesamt drei Torschüsse im ganzen Spiel. Also das war auf jeden Fall eine sehr sehr gute Leistung. Sind wir schon bei über 17 Minuten. Das heißt ich weiß noch nicht genau ob sich das Spiel heute ausgehen wird. Aber jetzt ist da eh mal wichtiger. Der FC Bangor macht ein Angebot für Nathan Holmes. Da muss ich halt schon sagen da würde ich ehrlich gesagt gerne mitgehen. Ja. Wir haben schon ein Angebot gemacht. Wollen wir es erhöhen? Na ich werde es nicht erhöhen. Ich hoffe einfach dass der lieber zu einem Klub in der ersten Liga wechselt als in die zweite. Kann natürlich sein dass die ihm einen Stammspieler oder Schlüsselspieler Posten anbieten. Dann haben wir Pech gehabt. Wurde erst beim FC Lahn unter Vertrag und ist aus der Transferliste. Das sind halt auch so Spieler wo man sich dann denkt das könnte auch was werden. Schlimm ist halt 26 Einsätze für Lahn und kein einziger Treffer. Aber grundsätzlich körperlich irrsinnig gut super Abschlusswert ist schon nicht so schlecht. Dann können wir auf die Ausweihliste setzen und ansonsten haben wir keine Empfehlungen im Moment. FC Peters Hill So der würde jetzt zu uns kommen. Also ich finde ich zeige es euch mal kurz noch damit ihr es direkt seht der Vergleich mit Glendining Attribute sehen wir ist fast alles grün er ist besser in Tackling in Deckung natürlich zwei wichtige und Kopfballtechnik das sind zwei wichtige Eigenschaften aber im Grunde genommen ist er halt einfach überall deutlich besser. Hier sehen wir Konzentration Stellungsspiel und Entscheidungen sind aber eigentlich auch ganz wichtige Fähigkeiten muss ich mal schauen wenn wir mal Außenverteidiger verteidigen dann sehen wir diese Fähigkeit ist wichtig Flanken kann er besser da ist das besser Entscheidungen ist er deutlich besser Konzentration ist er deutlich besser Stellungsspiel ist er deutlich besser Problem ist bei ihm die Ausdauer unter anderem aber generell muss ich sagen ist er zwar im Durchschnitt der bessere Spieler aber in den wichtigen Fähigkeiten die wir brauchen ist eigentlich Glendining besser ok dann wäre ich dann wäre ich den glaube ich aber abbrechen Glendining kostet dann 19.000 der wird uns nochmal 23 kosten ist schon heftig ein bisschen Ausdauer trainieren so dann werde ich ich verschiebe es mal und überlege mal aber ich glaube ehrlich gesagt wir werden es so machen David Cleary geht auf Leihbasis nehmen wir zumindest 600 ein und Eagle geht auch auf Leihbasis also ich muss echt sagen es würde auch Spaß machen da ein paar Jahre zu bleiben und was aufzubauen weil was da so an Jugendarbeit also was da so an Jugendspieler nachkommt ist schon ziemlich cool so und jetzt würde er kommen also wir werden dieses Risiko eingehen schaut an wie körperlich stark der ist wie gut der flanken kann auch der Passspielwert ist super den müssen wir nehmen ich bin gespannt wie stark er jetzt wirklich ist so Rodney Brown fertig gescoutet Scout sagt dass der stark ist der wäre durchaus interessant nehmen wir den mal auf zum Probetraining dann haben wir hier einen jungen Ersatzkeeper 18 Jahre wer ist da interessiert Hurtson Ashton aha die Heilsverstellungen dürften okay sein soll man wirklich einen guten Ersatzkeeper holen der könnte die ganzen Pokale spielen weil ich meine der ist erst 18 andererseits haben wir gute Torwarttalente ich schaue mal ob er Lust hat zu uns zu kommen zum Probetraining und ja den können wir jetzt eh schon streichen den bin ich jetzt wirklich gespannt ja ja alter Schwede der ist sensationell und 18 Jahre jung für zwei Jahre unterschrieben bei uns das ist super also die Werte sind der Traum das ist halt echt die Frage nehme ich den über rechts also hier Flügelspieler ist oder nehmen wir ihn links inverse oder als Flügelspieler vielleicht nehme ich ihn auf der Seite als Flügelspieler im Moment zumindest mal Rodney Brown jetzt zum Probetraining und Darnit Mee ebenso noch immer 62.000 Gehalt ja im Moment würde ich mal fast sagen dass wir den links einbauen aber ich finde der ist besser als McCloskey also ich wäre sehr glücklich wenn wir links jetzt noch wen finden weil dann können wir den rechts nehmen wow Rodney Brown und Mee Schlüsselspieler wird sogar angezeigt bei diesem 18-Jährigen Parker ist halt auch erst 19 ich habe den jetzt irgendwie echt älter in Erinnerung gehabt aber das ist halt einfach so der ist der wirkt so routiniert ist so ein guter Keeper hat uns glaube ich so viele Punkte gerettet im letzten Jahr muss ich echt sagen da merkst du nicht dass der noch so jung ist ziemlich cool Arsenal mit 89 Millionen Angebot für Tolisso auch brutal und dann geht es hier schon los mit der Reserve wenn wir dann einige verfügbar machen die jetzt hier nicht so viel Spielpraxis kriegen im Moment also Ferris geht einfach nicht und viele Angebote ich ziemlich cool finde es wie viele U21 Spiele wir haben also da sind wir auf einem super Weg und wenn ich jetzt Meklowski ich meine Meklowski ist halt auch nicht schlecht ja trainiert er jetzt eigentlich da vorne da müsste er sich schon langsam auch schon an diese Position hier gewöhnen so Meisterschaftsquoten da sind wir auf der 9 da wollen wir natürlich besser abschneiden ganz klar von Ibest trainiert nach wie vor sehr gut wenn da ein Angebot kommt werden wir es wahrscheinlich annehmen müssen wenn er wirklich gehen möchte werden wir wahrscheinlich nicht ganz drum herum kommen wo da ist er so jetzt brauchen wir links hinten mal eine Entscheidung Leute ich muss mich entscheiden und innenverzeihung müssen wir auch noch suchen Ross Black ist mir auf jeden Fall zu alter sehr sehr erfahren aber ich glaube den können wir mal streichen Quigley ist eine solide Lösung mit der ich leben könnte der ist okay aber nicht unbedingt überragend Holmes haben wir gerade ein Angebot gemacht als Jugendspieler ob der die Lösung Stammspieler mäßig ist glaube ich ehrlich gesagt auch nicht den könnte man sonst als Ersatz nehmen dann hätten wir Coil vielleicht als Ersatz rechts hinten so irgendwie könnten wir uns überlegen und wo haben wir den Brown also was so die Fähigkeiten angeht die ich gerne hätte das sind die hier ist der halt schon ganz solide Tackling Wert von 7 stört mich gerade extrem das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich schauen wir mal ob es mit Homes klappt wen haben wir dann jetzt noch den Lecky den können wir denke ich streichen und dann haben wir noch den McGivern der hat zumindest einen super Abschlusswert ist erst 16 Jahre jung habe ich eigentlich nicht vor zu verpflichten um ehrlich zu sein aber erhalten wir ihn mal was ist mit dem Scandal wenn der nichts kostet kann man den ohne Dings holen ohne Vertrag hier kann man nicht 13.000 ist halt nicht wenig wenn man sich so die Werte anschaut hat jetzt in der Vorbereitung ganz gut gespielt das muss man auch sagen aber ich glaube das wird eher nichts das heißt ich würde sagen wir werden jetzt mal so aufstellen wie wir es im Moment haben dann könnte man theoretisch mit den Homes spielen damit da damit wir ihn mal gut testen den Ferris würde ich jetzt auch gerne schon langsam mal streichen können wir da noch irgendeinen mitnehmen den Black eventuell er ist wirklich zu alt ich würde sagen wir werden es probieren so und ich werde jetzt mal einen Cut machen und wir werden dann aber im nächsten Part diesen Test mal zeigen damit ihr die Mannschaft auch seht und ja im nächsten Part schauen wir dann wieder ein bisschen weiter und machen das Testspiel und ja ich freue mich drauf ich hoffe ihr schaltet ein wir sehen uns dann bis gleich zu dann bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020